Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Das Jahr hat schon fast sein Ende gefunden und jeder kennt es. Das Korrigieren der Jahresvorsätze oder wenn man über die guten Vorsätze für das neue Jahr nachdenkt und sich dabei viel vornimmt. In etwa so. Mein Ziel für das 2018 ist es, die Ziele von 2017 zu erreichen, die ich mir 2016 gesetzt habe, weil ich mir 2015 vorgenommen habe, das zu erledigen, was ich 2014 geplant habe. Weil ich es 2013 nicht geschafft habe, die Ziele von 2012 umzusetzen. Was habt ihr euch so für das 2018 vorgenommen? Für alle, die zwischen Weihnachten und Silvester arbeiten mussten, das ist nicht so schlimm. Viel schlimmer ist es, zwischen Silvester und Weihnachten zu arbeiten. Die D-Schule wünscht euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutscht nicht aus, aber rutscht gut rein. Bis nächstes Jahr. Prost. Ciao.